hallo freunde willkommen zurück zu 3d world ich bin märto mario master und ich bin dann wir sind wieder zurück richtig verblühtes video hier vorne angeguckt deswegen garantiert nicht wir haben wir haben uns noch den letzten grünen stern aus welt 5 geholt und auch letzte flagge hier rausgeholt und noch weiter ich wollte mich frage was ist denn wasser links auf der seite sterne stempel münzen und darunter ist noch ein fällchen frei das ist das zusatz power abwand wir sammeln also okay man muss ja mal fragen 6 6 der blaue wir müssen wir retten noch und doch wir von geringen gibt es auf 6 er ist ja jetzt reise per glasrohrpost das erinnert mich irgendwie an eine alte kinderserie ja gerade doch mal glasrohrpost manchmal sagt mir was bauert war noch mal darf ich sagen warte ich habe es irgendwie grad bauert war noch mal die bieber brüder ja genau ich liebe die büder brüder ich habe meine kreuzung verpasst lange lagen wir so verzungen aber warum kann man hier durch wenn er nichts ist keine ahnung und so verdächtig dennấlen spitze aber nun sein stern und blick er durch die das paar kann noch ein anderes machen jetzt gehst du ja durch warum man sollte nicht auf wolken stammattacken machen das sollte man tue ist vermeiden warum warst du schon mal auf gewollt ja klar feuerfahrer wortwörtlich ich wollte den dings einwerfen es hat die gar nicht sterben ja auch nicht dass sie versichst sie sind ungesiegt war nicht durchgehen nicht durchgehen folge mir durchgehen ich wollte dich wäre schön wenn wir irgendwie alles auf einmal hier direkt legen ja was du in dafür müll und bin ich dann direkt da gelandet nein 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 dann müssen wir noch ein paar feuerbühungen besorgt waren gerade im schlussverkauf normales werden aber noch nicht aber das stimmt den wohlfeuern hat 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 ich glaube ich mir rein ja was du denn da ich tue halt nur irgendwie an links und dann war mal durch beure meine lauf 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 meu feuer da haben wunderbar funktioniert ich habe alles einfach alles ein paar alles wir müssen müssen sammeln meine kohle auf den röhren gelaufen ich habe geschieht da wird wieder ausgebobst das kämpft uns ich bin berührt ja wir haben berührt also das war eine krasse bieber bruder action ja ich ärgere mich nicht eingefallen aber wer als ich mir mal ein display davon gesehen habe ich habe jetzt wohl auch nicht gedacht aber dann dann fiel es mir auch einmal wieder ein jeden tag geöffnet ein schießt sonntags denkt daran wenn du die karte öffnest kannst du zu allen weltpreisen die bereits deckt das wissen wir doch wie kannst du auch deine gesammelten stempel und grün stelle sehen da wissen wir doch alles nein nein da zu zocken ja schon 777 leben ja ja da hatte es nicht ja echt 777 das kommt jetzt bester alle glocken hier gewolltet hier im 30 ab wir haben ja mit 22 angefangen vorhin noch ja jetzt haben gerade acht leben bekommen krasse sache zunächst wo die verwünschte flosse der sonne haus ich sage ja nichts auch mal allein da auch ins basis ja kennst du die noch ja das sind cool ist ich habe noch gar nicht ersetzen mal für 60 gesehen noch gar nicht dass da was drin ist ich will es aber kaputt machen du kannst dich immer nur kaputt machen wir müssen jetzt die auf die linken seite nicht unbedingt mal wieder ein pilz nicht es ist oft kein rummer ja 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 ich den gar nicht mehr da hinten muss doch irgendwas vielleicht diese boxen da geht es weiter ja auch ich hoffe ich habe das nicht von da oben wahrscheinlich jetzt haben wir vermattelt das nicht unbedingt zu sein wenn wir da wieder hause hat wahrscheinlich ohne gefunden unter wasser da muss man irgendeinem verwunschenen könig oder so stammen ja könig mario da ist nämlich ein könig was mir an was mir an keine ahnung nicht schade da ich wahrscheinlich schon stellen kraft hatte ja wenn du sagst doch sagt er rauskommen das geht bestimmt ich denke du schläfst dich von den anderen der schicht sehen ja du kannst jetzt rüberkommen lieber werden anstattet mit denen er guckt sich doch gar nicht an da weiß ich gewinne ja was wollte machen was wollte machen was wollt ihr machen dann haben wir ein stempel ja ja wir haben alles doch mal weg mit dir wir mussten sie oder tüten nicht mehr da meiner super mario gar nicht gewaltvererlich da wir nie wieder reingehen bleibt auch so wie die letzte flagge aus dem schloss da ihr müsst wissen ich habe eben eine flagge geklaut kann das wagen aber ich habe es nur gemacht weil es mir spaß gemacht hat ja ein bild das wir nicht sehen müssen da oben rechts ist doch irgendwas ja ich glaube auch der welt hat ja wieder die level plattgewalt davon sollen dass die armen welten die armen level und die tage und keine röhre doch noch reingehen das dritte versteckt der feuer brüder sind wir schon beim dritten versteckt ja ja das ganze kann man nicht gemacht das heißt das ist der sprung muss ich sagen obwohl ja der sprung war ganz stylisch von einem bruder zu dem nächsten ja so 5000 punkte mehr als ich glaube ich habe den stern am ende eingebracht dass ich jetzt habe ich habe noch ich habe noch ein bonus durch die krone bekommen wir bekommen einen grünen stern nichts von ihm ok 100 grünen stelle brauchen wir schon wir haben 147 das ist ein cooles level das haus der tausend touchscreens türen also ich kann irgendwas machen ja dann gucke ich mal auf der game page ja 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 power up money okay okay das ist ein roten wo man ein bisschen grünen wie geht es nicht verdammt von so einem klempfer gestörte springer noch nicht ich habe sie denken sich nur warum macht ihr das warum tut ihr das ich wollte ich wollte sie alle töten ja ich wollte auch okay okay muss jemand sterben so eine box ich bin mal gegen die propellerbox ich glaube dann verlierst du den helden hier lasse ich einfach was geht das war ein ding gewesen ja meine propellerbox ist man feine töten und sind ja noch nicht die werfen ich habe mir gedacht dass das hier noch fehlt irgendwie ist warum kommen wir das ist ja nicht am ende gar nichts glaube ich sehe ich schon naja hat ja fast funktioniert vielleicht kommt sie ja mit dem bannschirm hoch und das fischi buch ins sterben das wollte ich nicht das wollte ich nicht wir kommen jetzt auch mal schnell das fische nicht und wendet sich nicht gegen familie meine plage ganze menge stempel übrige ja jetzt kommt ja noch ein bisschen war doch uns zu ok 350 münzen haben wir willst du willst du hast ja fertig machen und das haben wir aus dem weg polyprinz wir machen wir sind wo die kunst dann machen wir das nächste level mir auch da oben ist polizei das ist immer da drinnen von der anderen seite kommen ok das ist immer da drin und ich glaube von der anderen seite hier reingehen und den innen da fertig machen sind wir da links rein geht nicht verdammt das war schon mit dem das war ein schwechling ja schön 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 schaden 500 23.500 wundert und hat 51 das wegen der pokémon entdeckt ja wir haben legen wir das wir machen jetzt das level da oben genau dann gehen wir mal durch die glas eine fluss war den dschungel ok ok jetzt kommt volle epische chor ja das liebe ich auch an diesem level wenn es gibt auch so eine remix version in den 60 heck den ich mal gespielt habe aber wenn es ist normal für uns jetzt last impact kennst du das ja was solltest du dir mal dauernd guck mal das plane das ist schon das ist richtig cool da bin ich richtig schwer das ist auch schwer da leben gesprungen oh gott und da müssen wir noch ich glaube ich glaube du bist gerade in deinem verderben gesprungen und das bloß noch mal zurück ich habe keine ahnung doch und da uns ein neues fluss aber du hast immerhin den grünen stellen für uns eingesammelt bin ich nett danke man muss ja das ding auf einmal da enden ich habe doch keine ahnung vor sich darauf ein fluss aber aber sollte ich da rein aber da war ich noch keine katze ich habe die katze die katze jetzt habe ich alles nein die seite wir müssen helfen gibt mir mal einen boost ja diese box ist nicht groß genug von ich habe mich zu sehr gefreut du hast dich zu sehr gefreut du bist ins gift gesprungen ja der helikopter hebt ab ich halte dich damit dir nichts passiert mit meinem bruder noch nichts passiert nein kommen wir noch ein paar wir haben nichts mehr ja oh gott gleich geht runter nein so sollen nicht da reingehen ja da oben keine chance wiederholen weiß nicht warum ich hier durch rennen kann man hier hoch machen wir brauchen eine katze wir haben keine katze mehr muss noch nicht so scheiße wir müssen das leben eh wiederholen um eine schau mal noch na gut kommen machen wir noch ein debbel machen wir definitiv der katze am ende ja fünf sterne und verdingen das ist mal durch die durch das glas wir haben dann übersicht über die welt und können uns ein gratis stempel holen gratis gratis zeugs exzellent da schon wieder luigi wo sie nicht im fenster beobachtet uns gewann es hat mich fest okay ich meine ich so ich meine wir kommen zurück nein ich muss meinen anderen bruder treffen genau so ist wie ich und genauso aussieht mehr oder weniger wie ich er kommt noch ein bisschen war noch nicht so in der welt sturm auf die kugel wie die feste und das winter stürmen ok wir machen den winter level der winter kommt in der winternat der pustet doch nur bei einem dabei der hat aber eine pustel drauf pass auf dem pilz das ist eigentlich viel weiter fliegen so klein wie ich bin kommt ja nicht durch doch ich komme durch ich komme nicht durch eine schuhe kommen ein mütze da will wir nicht fragen wie ich mich hierbei fühle nein ich fühle mich richtig gut ich meine ich sitze in einem schuhen frage auf stacheln nein 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 das ist noch ein ding es geht das war sowas von wert noch ein bisschen wir durch ich meine kronen mit mir das ist schon wieder rund 18 leben nein was machst du da für den müll hat man wieder erklären da kann ich kann das ding nicht direkt neben mir vorne denn 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 oh mein gott aber der kartonserie da ging es um sprechende schuhe wollte ich nur mal so erzählen die schuhe peter rätsel schuhen nein bis über den sternen gesprungen aber wir haben ihn doch trotzdem hier hatte und zwar wir haben keine zeit mehr das stimmt ich habe mich weiter bis der wind da war ich habe keine zeit nein 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 hilf mir aus dem weg man wir haben ja keine zeit mehr ich wollte die flange gerade anfassen wir müssen aufpassen dann heißt es jetzt tschüss und bis zur nächsten folge ich hoffe ihr seid wieder mit dabei wie wir die weiter blöde machen ja tschüss